Hallo, Namaste, willkommen hier in Station 5, auf dem Raum. Ich habe mich total gefreut, als ich die Mitteilung bekommen habe, dass ich mit Babycop drehen darf. Er ist klein, aber er ist so süß. Und dass ich mit ihm drehen durfte, war schon cool. Und ich sitze auf seinem Auto, seinem cool Mercedes-Auto. Das hat ja auch nicht jeder, nur Babycop. Heute mit Babycop, Special Star. Babycop war mit dabei. Und... Ist das meine Sonnenbrille? Ja, warum? Ich habe die nur gesucht. Entschuldigung, alles klar? Du hast mich jetzt ganz rausgebracht. Ja, nicht schlimm, ich habe die nur gesucht. Und Karam hat gerade ein bisschen Probleme. Okay. Tschööö. Ja, mach ich gleich. Also. Manchmal sollte man ein bisschen trottet ist. Der wird nicht gebraucht. Ach doch, das kreit dann so ab. Okay? Jetzt brauche ich dich ein. Geil. Geil. Das kriegt dann nie gekriegt. Geil. Für kein Geld dieser Welt. Leider mochte er mich nicht. Er wollte den Wurm nicht aus meiner Hose ziehen. Und meinen Po mochte er auch nicht. Aber... Ist okay. Er ist ein Star. Er darf doch. Guck mal, da hat es ein Würmchen. Siehst du das? Auf der Hose. Siehst du das? Ja. Kannst du das mir holen? Weil ich habe das verloren und ich komme da jetzt gerade nicht dran. Kannst du das holen? Willst du das nicht holen? Ja. Aber ich... Ich habe Lust auf ein Würmchen. Du doch auch, oder? Willst du auch ein Würmchen? Das müsste Jonas sehen wollen. Hol mir mal das Würmchen. Baby Cop, Baby Cop. Bitte besorgt mir ein Würmchen. Oh mein Gott, hörst du das? Mir geht so schlecht ohne Würmchen. Und los. Oh ja. Super. Perfekt. So. Und jetzt ist der Jonas geworden. Und jetzt der Jonas. 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 Jetzt ist der Jonas dran. Jeder darf mal. Später. Soll der Lars das machen? Okay, und dann... Das ist alles hier in dem Raum geschehen. Action. Und jetzt haut drauf. Das hat man nicht gesehen. So? Ja, lang einfach mal. Ja, mach einfach mal. Stopp. Jetzt hat man es wieder nicht gesehen. Was soll ich noch bleiben? Ja, was soll ich noch bleiben? Bäm. Ja. Dann schaffst du das? Einmal. Erst die Lena. Und jetzt der Jonas. Jetzt du. Schnell. Super. Wunder. Jetzt fertig. Wir drehen hier heute weiter mit Baby Cop, dem Trailer zu dem Kinofilm, den ihr sehen werdet nicht. Nicht fliesst. Ho text. Genau.